Zum 15. Male, meine Damen und Herren, dürfen wir Sie aufs Herzlichste begrüßen zur Reisemesse der Mitteldeutschen Zeitung. Musik Drei Meilen vor der See stand im weiten grünen Winterland unser Haus handelt. Johnny wollte kein anderes Mädchen, doch sein Leben war nie leer, denn zwei Freunde sind geblieben, die Gitarre und das Meer. Musik Heute Nacht verlässt mein Schiff den Hafen und bringt mich an einen fremden Strand. Musik 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 Musik